Hallo ihr Lieben, für den 7. April schauen wir ins Work Your Night Oracle. Sehen wir mal nach, was wir da für eine Tageskarte bekommen. Eine Tageskarte bitte für das Kollektiv. Dankeschön. Wir haben Leap, You Go First, The Universe Will Catch You. Ja, das ist eindeutig die Karte, die entspricht in dem großen Arcana dem Narren. Das heißt, hier wird von dir verlangt, dass du einen Sprung ins kalte Wasser wagst, dass du dich aufmachst zu neuen Gefilden, auf ins Unbekannte. Vielleicht ziehst du in eine neue Stadt, die du noch nicht kennst, vielleicht fängst du einen neuen Beruf an, vielleicht lernst du eine neue Fähigkeit. Definitiv ist heute ein super Tag, um das zu starten, was auch immer du machen möchtest. Das heißt, das Universum hat schon so quasi ein Sicherheitsnetz aufgespannt unter dir. Das heißt, auch wenn du das jetzt nicht siehst und du hast das Gefühl, ich springe da ins Leere oder in eine tiefe Schlucht, das Universum ist für dich da, um dich aufzufangen. Also du kannst dir sicher sein, dass du auf diesem Weg auch beschützt bist. Ich wünsche dir damit einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.